Der geistliche Kampf von Lorenzo Scopoli, ein antikes, sehr wertvolles Buch der Christenheit. Viele Heiligen haben dieses Buch für sich als wertvollen Schatz gehütet und als geistlichen Leiter angesehen, wie der heilige Franz von Sales zum Beispiel. Wenn man ihn fragte, wer sein Seelenführer sei, seine geistliche Begleitung, dann zeigt er dieses Büchlein. Es ist wirklich, wirklich sehr kostbar. Aus diesem werde ich jetzt lesen. Es ist in altdeutscher Schrift, ganz klein gedruckt, und da gibt es sicherlich auch das ein oder andere Wort, das die heutige Generation vielleicht gar nicht mehr kennt. Erstes Kapitel, worin die christliche Vollkommenheit besteht. Zur Erlangung derselben ist es notwendig, dass wir kämpfen. Vier Dinge sind zu diesem Kampfe erforderlich. Da du gesinnt bist, christliche Seele, zur Höhe der Vollkommenheit hinanzusteigen und dich Gott zu nähern, um eines Geistes mit ihm zu werden, so musst du, wenn dieses Unternehmen, das Größte und Edelste, das sich nur denken lässt, dir gelingen soll, vor allem wissen, worin das wahre und vollkommene geistliche Leben besteht. Denn manche haben ohne weiter darüber nachzudenken geglaubt, dasselbe besteht darin, dass man eine strenge Lebensweise führe, dass man sein Fleische abtöte und durch Geiselungen und Bußkleider und lange Nachtwachen züchtige, dass man fasste und sich der gleichen körperlichen Härten unterwerfe. Andere namentlich Frauen glauben, zu einem hohen Grad der Vollkommenheit gelangt zu sein, wenn sie die Gewohnheit haben, viele mündliche Gebete herzusagen, viele heilige Messen anzuhören, oft die Kirchen zu besuchen und zu den heiligen Sakramenten hinzutreten. Viele andere selbst unter denen, welche sich dem Klosterleben gewidmet haben, bilden sich ein, es genüge, um vollkommen zu sein, dass man dem Chore beiwohne, das Stillschweigen beobachte und die zurückgezogene und regelmäßige Lebensweise einhalte. Und so setzen die einen die Vollkommenheit in dies, die anderen in jenes. So verhält es sich jedoch nicht. Denn da diese Werke teils nur Mittel sind, um den Geist der Vollkommenheit zu erlangen, teils nur Früchte, die aus derselben hervorgehen, so kann man nicht wohl sagen, dass in ihnen allein die christliche Vollkommenheit und der wahre Geist bestehe. Sie sind unzweifelhaft sehr kräftige Mittel, um den Geist der Vollkommenheit zu erlangen. Und wenn wir dieselben auf die rechte Weise und mit Einsicht gebrauchen, gewinnen wir Kraft und Stärke sowohl gegen unsere eigene Bosheit und Gebrechlichkeit, als gegen die Angriffe und Fallstricke unseres gemeinschaftlichen Feindes. Wir erlangen vermittelt derselben von Gott jene geistliche Hilfe, welche allen Dienern Gottes, besonders aber den Anfängern notwendig ist. Sie sind ferner Früchte der Vollkommenheit, in den vom wahren Geiste durchdrungenen Personen, welche ihren Leib züchtigen, weil er den Schöpfer beleidigt hat und um ihn für die Zukunft in demütiger Unterwerfung zu erhalten. Sie führen ein stilles und zurückgezogenes Leben, um jede, auch die geringste Beleidigung Gottes zu vermeiden und ihren Sinn nach dem Himmel emporzurichten. Sie pflegen des Gottesdienstes und der guten Werke, beten und betrachten das Leben und Leiden unseres Herrn, nicht um ihre Neigung zu befriedigen oder fühlbaren Geschmack zu empfinden, sondern um immer mehr die eigene Bosheit und die Güte und Barmherzigkeit Gottes zu erkennen. Sie sind bestrebt, die Liebe zu Gott und den Hass gegen sich selbst immer mehr auszubilden, dadurch, dass sie sich selbst verleugnen und mit dem Kreuze auf den Schultern dem Sohne Gottes nachfolgen. Sie nahen oft den heiligen Sakramenten zur Ehre seiner göttlichen Majestät, um sich inniger mit Gott zu vereinigen und neue Stärke gegen die Feinde unseres Heides zu gewinnen. Denjenigen aber, welche die besagten äußeren Werke zu ihrer alleinigen Stütze machen wollen, können selbige zwar nicht wegen einer ihnen anklebenden Fehlerhaftigkeit, denn an und für sich sind sie ganz gut, sondern wegen fehlerhaften Gebrauchers derselben zuweilen mehr noch als die offenbaren Sünden Gelegenheit zum Falle geben. Diejenigen nämlich, welche auf solch äußere Werke allein bedacht sind, überlassen ihr Herz der Gewalt seiner bösen Neigung und des verborgenen Feindes und der Feind, lässt sie nach Lust sich in ihren Übungen ergehen und nach Vergnügung durch die Wonne des Paradieses, in welchen sie mit den Engelschören zu wandeln glauben, spazieren und sie wehnen Gottes Gegenwart zu fühlen, indem sie zuweilen über gewisse erhabene, ungewöhnliche und annehmliche Dinge in Betrachtung vertieft Welt und Geschöpfe vergessen und bis in den dritten Himmel versetzt zu sein glauben. Wie tief sie aber im Irrtum liegen und wie weit sie noch von der Vollkommenheit, nach der wir Suchen entfernt sind, lässt sich leicht aus ihrem Handeln und Benehmen erkennen. In jeder großen und kleinen Angelegenheit wollen sie den anderen vorgezogen werden, zeigen ihren Eigensinn und bestehen hartnäckig bei ihrem Willen und während sie über ihre eigenen Fehler blind sind, beobachten und kritisieren sie fleißig die Worte und Taten der anderen. Triffst du jene eitlen Meinung, die sie von sich selbst haben und in welcher sie bei anderen zu stehen, sich schmeicheln, nur im Geringsten zu nah und hältst sie von jener Andachten, die sie maschinenmäßig üben, etwas zurück, so geraden sie außer sich und beunruhigen sich über alle Maßen. Und wenn Gott, um sie zur wahren Erkenntnis ihrer selbst zu bringen und auf dem Weg der Vollkommenheit zurückzuführen, ihnen Mühseligkeiten und Krankheiten schickt oder Verfolgungen über sie kommen lässt, denn sie kommen nur durch Fügung oder Zulassung Gottes, der vermittelt derselben, wie mit einem Probestein die Echtheit der Tugend prüft, dann zeigt es sich, dass ihr Inneres bis auf den Grund von der Hofffahrt verdorben ist. Denn sie wollen sich nicht bei dem, was ihnen begegnet, mag es traurig oder freudig sein, unter der Hand Gottes demütigen, wollen sich nicht in die stets gerechten, wenn auch geheimen Gerichte Gottes ergeben und sich nicht nach dem Beispiele seines gedemütigten und leidenden Sohnes allen Geschöpfen unterwerfen und sind noch weit davon entfernt die Verfolger, die nach den Absichten Gottes, Werkzeuge seiner göttlichen Güte, um Mithelfer unserer Tötung, unserer Vollkommenheit und unseres Heiligs sind als teure Freunde anzusehen. Daher ist es sicher, dass solche Leute in großer Gefahr schweben. Denn da sie nur mit dem verblendeten Auge ihrer Seele auf sich selbst und ihre an und für sich guten äußeren Werke schauen, so schreiben sie sich einen hohen Grad der Vollkommenheit zu und urteilen stolz über die anderen ab und so ist keiner, der sie bekehren kann. Es geschieht denn durch eine außerordentliche Hilfe Gottes. Auch die Erfahrung zeigt, dass es viel leichter ist, einen offenbaren Sünder zu bekehren, als einen heimlichen, mit dem Mantel scheinbarer Tugenden, bedeckten Sünder auf guten Weg zurückzuführen. Du siehst also klar ein, christliche Seele, dass die angegebenen Dinge das Wesen des geistlichen Lebens nicht ausmachen. Die Vollkommenheit und das geistliche Leben besteht vielmehr darin, dass wir die Güte und Größe Gottes einerseits, unser Nichts und unsere Neigung zum Bösen andererseits erkennen, dass wir Gott lieben und uns selbst hassen, dass wir uns nicht bloß ihm, sondern aus Liebe zu ihm auch eingeschöpfen und erwerfen, dass wir uns unseres eigenen Willens entäußern und uns gänzlich in Gottes Wohlgefallen ergeben und zwar so, dass wir alles dies nur wollen und tun zur Ehre Gottes und um ihm zu gefallen und weil er verlangt und verdient, von uns geliebt und verehrt zu werden. Das ist das Gesetz der Liebe, welches die Hand des Herrn selbst den Herzen seiner getreuen Diener eingeprägt hat. Das ist die Verleugnung unserer selbst, die er von uns verlangt. Das ist sein süßes Joch und seine leichte Bürde. Das ist der Gehorsam, zu welchem unser Erlöser und Meister uns durch Wort und Beispiel einladet. Und da du nach der Höhe solcher Vollkommenheit strebst, so musst du beständig dir selbst Gewalt antun, um alle deine großen oder kleinen Willenslüste großmütig zu überwältigen und zu vernichten. Und es ist durchaus notwendig, dass du dich mit aller Bereitwilligkeit der Seele zu diesem Kampf verrüstest, denn die Krone wird nur den tapferen Kämpfern gegeben. Dieser Kampf ist aber der schwierigste von allen, denn da wir gegen uns selbst kämpfen, werden wir auch von uns selbst bekämpft. So wird aber auch der Sieg der glorreichste und gottgefälligste von allen sein. Denn wenn du dich darauf verlegst, alle deine ungeregelten Begierden, Wünschen und Neigungen zu unterdrücken und zu ertöten, so dienst du Gott mehr, als wenn du dich bis aufs Blut geiselst, mehr fasstest, als die Altväter der Wüsten und viele Taufenden von Seelen zum Guten bekehrest, dabei aber eine ungeregelte Willensneigung in dir besteht, ließest. Freilich ist dem Herrn die Bekehrung der Seelen an sich wohlgefälliger als die Abtötung eines deiner Gelüsten. Du aber sollst nichts vorzüglicher wollen und wirken als das, was der Herr bei dir im Besonderen sucht und will. Es gefällt ihm daher unzweifelhaft besser, wenn du um die Abtötung deiner Leidenschaften besorgt bist, als wenn du, während auch nur eine derselben ungestört und freiwillig geduldet in dir fortlebte, ihm in irgendeiner anderen Sache dienest, wie groß und wichtig sie auch sein mag. Da du nun also siehst, christliche Seele, worin die Vollkommenheit besteht und erkennest, dass du zu deren Erlangung einen beständigen und geharrten Krieg gegen dich selbst beginnen musst, so hast du dich mit vier Dingen als mit durchaus sicheren und notwendigen Waffen zu versehen, um die Siegespalme in diesem geistigen Kampf davonzutragen. Diese sind das Misstrauen gegen uns selbst, das Vertrauen auf Gott, die Übung und das Gebet, von diesen wollen wir mit Gottes Hilfe in möglichster Kürze handeln. Zweites Kapitel von dem Misstrauen gegen uns selbst Das Misstrauen gegen uns selbst ist uns in diesem Kampf so notwendig, dass wir ohne dasselben sicherlich nicht nur den erwünschten Sieg nicht erlangen, sondern auch nicht einmal die geringste unserer Leidenschaften überwinden können. Prägen wir das unserem Geiste recht tief ein, denn wir sind leider nur zu sehr wegen unserer verderbten Natur zu einer solchen Schätzung unserer selbst geneigt. Während wir in der Tat nur in Nichts sind, bilden wir uns ein, wir seien etwas und vermessen uns zu viel in eitler Überschätzung unserer Kräfte. Dieser sehr schwer zu erkennende Fehler missfällt den Augen Gottes sehr, denn Gott liebt und will in uns die aufrichtige Anerkennung jener ganz sicheren Wahrheit, dass alle Gnaden und Kraft in uns von ihm allein dem Urquell alles Guten herrührt und dass nicht einmal ein ihm wohlgefälliger Gedanke von uns allein kommen kann. Und sogar dieses so wichtige Misstrauen gegen uns selbst ist gleichfalls ein Werk der Hand Gottes, der es seinen geliebten Dienern durch verschiedene Mitteln, bald durch heilige Eingebungen, bald durch schmerzhafte Plagen, bald durch heftige und fast unüberwindliche Versuchungen und auf anderen Arten, die wir nicht verstehen, erteilt. Er will aber dennoch, dass wir unsererseits das tun, was uns zugehört. Und deshalb lege ich dir vier verschiedene Weisen vor, auf welche du vor allem durch die Gunst von oben unterstützt, solches Misstrauen dir aneignen kannst. Die erste besteht darin, dass du dein eigenes Elend und nichts erkennest und betrachtest, dass du von dir selbst nichts Gutes tun kannst, wofür du verdientest, in ziemlich reich aufgenommen zu werden. Die zweite darin, dass du durch inbrunstiges und demütiges Gebet desselben oft vom Herrn verlangst, denn es ist seine Gabe. Um diese Gabe zu erhalten, musst du dich nicht nur als derselben entblößt, sondern auch als unfähig dieselbe von dir zu erlangen ansehen. Mit dieser Erkenntnis ausgerüstet, stelle dich wiederholt seiner göttlichen Majestät vor und hege festes Vertrauen, dass er dir sie aus Güte gewähren wird. Warte mit Beharrlichkeit die ganze Zeit hindurch, die er in seiner Vorsehung verfügen wird und du wirst sie ohne den mindesten Zweifel erhalten. Die dritte Weise besteht darin, dass du dich daran gewöhnest, dich selbst, dein eigenes Urteil und alles, was dir gefährlich ist, zu fürchten. Nämlich die starke Neigung zur Sünde, die unzähligen Feinde, denen du nicht den geringsten Widerstand zu leisten vermagst, ihre lange Übung im Kampfe, die List, womit sie sich in Engel des Lichtes verwandeln und die unzähligen Kunstgriffe und Fallstricke, womit sie uns selbst auf dem Wege der Tugend nachstellen. Die vierte Weise besteht darin, dass wenn du in einen Fehler gefallen bist, du tiefer und lebendiger in die Betrachtung deiner überaus großen Schwachheit eindringst, denn zu diesem Zwecke hat Gott deinem Fall zugelassen, damit du durch neues Licht erleuchtet, mit klarerer Erkenntnis deiner selbst dich als ein gar elendes Geschöpfe verachten lernest und als solches auch von den anderen angesehen und verachtet werden wollest, denn ohne solchen Willen kann es kein tugendhaftes Misstrauen geben, das nur in der wahren Demut und der aus solcher Erfahrung geschöpften Kenntnis unseres Elendes seinen Grund hat. Eine ausgemachte Sache ist es nämlich, dass einem jeden, der sich mit der unerschaffenen Wahrheit und dem höchsten Lichte vereinigen will, die Kenntnis seiner Selbst von Nöten ist. Den Stolzen und Vermessenen aber gibt Gott selbige in seiner Güte gewöhnlich auf dem Wege des Falles, in dem er sie gerechterweise in einem Fehler geraten lässt, vor welchem sie sich selbst behüten zu können glaubten, damit sie so sich selbst kennen und gegen sich selbst Misstrauen hegen lernen. Doch pflegt der Herr sich dieses so bedauerlichen Mittels nur zu bedienen, wenn die anderen Mildern, von denen wir oben gesprochen nicht, jenen Erfolg gehabt haben, den er in seiner Güte beabsichtigt. Gott lässt zu, dass der Mensch mehr oder weniger Falle, je nachdem sein Stolz und seine Selbstschätzung größer oder geringer ist, sodass, wo gar keine Vermessenheit sich vorfindet, wie in der Jungfrau Maria auch gar kein Fall zu sein braucht. Wenn du also fällst, so flieh schnell im Geiste zur demütigen Erkenntnis deiner Selbst und bitte den Herrn in unablässigem Gebet, dass er dir das wahre Licht gewähre, um dich zu erkennen und um das gänzliche Misstrauen auf dich selbst. Sonst könntest du leicht abermals und zwar in schwereres Verderben fallen. Drittes Kapitel vom Vertrauen auf Gott. Obgleich das Misstrauen gegen uns selbst in diesem Kampf wie gesagt durchaus notwendig ist, so würden wir dennoch, wenn wir jenes alleine besessen, entweder die Flucht ergreifen oder von den Feinden besiegt und überwunden werden. Außer jenem ist dir daher auch nötig ein gänzliches Vertrauen auf Gott, mit welchem du von ihm allein alles Gute, die Hilfe und den Sieg hoffest und erwartest. Gleich wie wir von uns, die wir nicht sind, nur Niederlagen erwarten dürfen und daher nicht auf uns selbst vertrauen sollen, so dürfen wir dagegen von unserem Herrn jeden großen Sieg zuversichtlich hoffen, wofern wir, um seiner Hilfe teilhaft zu werden, unser Herz mit lebendigem Vertrauen auf ihn bewaffnen. Dieses Vertrauen können wir auf vierfache Art erlangen, erstens dadurch, dass man es von Gott begehrt, zweitens dadurch, dass man mit den Augen des Glaubens die Allmacht und unendliche Weisheit Gottes betrachtet. Nichts ist bei ihm unmöglich noch schwer. Und da er über alle Maßen gütig ist, so steht er mit unersprechlicher Zuneigung bereit, uns jede Stunde oder jeden Augenblick das zu geben, was uns zum geistigen Leben und zum verständigen Sieg über uns selbst notwendig ist, wenn wir uns mit Vertrauen in seine Arme werfen. Oder haben wir etwa nicht Ursache genug auf Gott, dem Vater, die Erbarmungen unser Vertrauen zu setzen? Ist er nicht der gute Hirt, welcher 33 Jahre lang dem verirrten Schafe nachgegangen, es mit solcher Anstrengung gerufen, dass ihm die Stimme versagte, es auf so mühvollem und dornigen Wege verfolgt hat, dass er all sein Blut vergossen und sein Leben ließ? Wie wäre es wohl möglich, dass dieser gute Hirt jetzt, da das Schaf ihm durch Beobachtung seiner Gebote nachfolgt, oder wenigstens den, wenn auch zuweilen schwachen Wunsch, ihm zu gehorchen, kundgibt, jetzt, da es ihn ruft und bittet, ihm seine erbarmungsvollen Augen nicht zuwendet und es nicht erhörte, oh gewiss, er ladet es auf seine Schulter und freut sich mit den Engeln des Himmels, ihm seine Hilfe zu gewähren, wenn der Herr unser Heiland nicht unterlässt den Blinden und Stummen Sünder, den er uns in der Parabel mit der verlorenen Drachen im Evangelium bezeichnet, mit großer Besorgnis und Liebe zu suchen, wie wäre es möglich, dass er denjenigen verlässt, der als ein verlorenes Schaf seinen Hirten ruft und anfleht? Wer würde es je glauben, dass Gott, der beständig an dem Herzen des Menschen anklopft, sehnlichst verlangend, darin einzukehren und durch Mitteilung seiner Gaben darin zu wohnen, dann, wenn ihm das Herz geöffnet und er eingeladen wird einzutreten, sich taubstelle und einzukehren, sich weigere? Die dritte Art, wie wir dieses Vertrauen erlangen können, besteht darin, dass wir uns die Wahrheit der Heiligen Schrift ins Gedächtnis zurückrufen, denn an unzähligen Stellen sagt sie uns ausdrücklich, dass derjenige, welcher auf Gott vertraut, nie zu Schanden wird. Die vierte Art, wie du zugleich das Misstrauen gegen dich selbst und das Vertrauen auf Gott erlangen kannst, ist folgende. Wenn du irgendein Werk beginnen oder irgendeinem Kampf unternehmen und überwinden sollst, so wende den Blick deines Geistes zuerst auf deine Schwachheit, dann voll Misstrauen gegen dich selbst auf die Macht, Weisheit und Güte Gottes und entschließe dich, im Vertrauen auf diese großmütig zu wirken und zu kämpfen und mit diesen Waffen in der Hand und mit dem Gebete, von dem wir unten reden werden, kämpfe und verrichte dein Werk. Beobachtest du diese Ordnung nicht, so mag es dir vielleicht scheinen, als habest du alles im Vertrauen auf Gott getan, allein du wirst finden, dass du dich größtenteils getäuscht hast, denn das vermessene Vertrauen auf sich selbst ist dem Menschen so eigen und schleicht sich so leicht in unser Handeln ein, dass es ohne unser Wissen fast immer noch fortlebt. Damit du so viel als dass die Betrachtung deiner Schwachheit, der Betrachtung der Allmacht Gottes und beide zugleich deinem Handeln vorhergehen. Drittes Kapitel Wie man erkennen kann, dass der Mensch mit Misstrauen gegen sich selbst und mit Vertrauen auf Gott handelt. Selbst der Vermessene glaubt zuweilen, er besitze das Misstrauen gegen sich selbst und das Vertrauen auf Gott. Und dennoch besitzt er keines von beiden. Es gibt nichts, das diesen Irrtum deutlicher zeigt als die Wirkung, welche der Sündenfall in ihm hervorbringt. Beobachte es an dir selbst, wenn du in eine Sünde fällst und nach dem Falle dich beunruhigst, dich betrübest und fast alle Hoffnung verlierst, im Guten weiter voranzukommen. So ist es ein sicheres Zeichen, dass du auf dich selbst vertraut ist und nicht auf Gott. Und dein Selbstvertrauen war umso größer, je größer jetzt die Traurigkeit und Verzweiflung ist, die du empfindest. Wer nicht auf sich selbst, sondern auf Gott allein vertraut, verwundert sich nicht, hat weder Betrübnis noch Gram, wenn er fällt. Denn er weiß, dass dies ihm geschieht wegen seiner Schwachheit und seines Mangels an Vertrauen auf Gott. In Demut verstärkt er sein Misstrauen gegen sich selbst und sein Vertrauen auf Gott. Er hasst über alles den begangenen Fehler und die ungeregelten Leidenschaften, welche Schuld an seinem Falle sind. Er bereut mit innigem, aber ruhigem und friedfertigem Schmerze die Gott zugefügte Beleidigung und setzt dann sein Unternehmen fort, indem er seine Feinde mit größerem Mut und festerer Entschlossenheit verfolgt bis auf den Tod. Diese Wahrheit möchte ich namentlich denjenigen dem geistlichen Leben sich widmenden Personen zur Erwägung empfehlen, die, wenn sie in einen Fehler gefallen sind, gar nicht in Frieden kommen können oder wollen. Sie vermögen zuweilen, die Stunde nicht abzuwarten, um ihren geistlichen Führer aufzusuchen und beabsichtigen, wenn sie sich zu ihm begeben, vor allem sich vor der Angst und Unruhe, welche aus der Eigenliebe herkommt, zu befreien, während doch ihr Hauptzweck sein sollte, sich von den Flecken der Sünde zu reinigen und im Sakramente des Saltares neue Kräfte gegen ihre Feinde zu erhalten. Fünftes Kapitel von dem Irrtum, die Kleinmütigkeit für eine Tugend zu halten. Es gibt auch viele, welche die Kleinmütigkeit und Unruhe, die auf die Sünde folgt und von einem gewissen Missvergnügen begleitet ist, der Tugend zuschreiben. Allein auch sie täuschen sich. Sie wissen nicht, dass diese Unruhe von heimlichen Stolze und von Vermessenheit her rührt, die ihren Grund in dem Vertrauen hat, welches sie auf sich selbst und ihre eigene Kräfte setzen. Da sie nämlich vor dem Falle eine hohe Meinung von sich hegten und übermäßiges Vertrauen auf sich setzen, jetzt aber aus der Erfahrung erkennen, dass die Kräfte ihnen fehlen, beunruhigen sie sich und wundern sich wie über eine Neuigkeit und werden kleinmütig, indem sie sehen, dass die Stütze, auf welche sie törichterweise ihr Vertrauen gesetzt hatten, zusammengesunken ist. Der Demütige, der nur auf Gott vertraut und kein vermessenes Vertrauen auf sich selbst setzt, benehmt sich ganz anders, wenn er fällt. Es schmerzt ihn zwar, Gott beleidigt zu haben, aber er beunruhigt und verwundert sich darüber nicht, denn er weiß, dass alles dieses ihm begegnet, ist wegen seines Elendes und seiner eigenen Schwachheit, die er im Lichte der Wahrheit wohl einsieht. Sechstes Kapitel Weitere Ratschläge zur Erlangung des Misstrauens gegen uns selbst und des Vertrauens auf Gott Deine Kraft zur Überwindung unserer Feinde hauptsächlich aus dem Misstrauen gegen uns selbst und dem Vertrauen auf Gott herrührt, so versehe ich dich ferner mit Ratschlägen, auf dass du diese Tugenden mit Gottes Hilfe erlangest. Wisse also und halte als unumstößliche Wahrheit fest, dass weder alle natürliche oder anerworbene Gaben, von welcher Art sie auch sein mögen, noch auch alle Geistes Gaben, noch die Kenntnis der ganzen Heiligen Schrift, noch langjährige Treue und Gewohnheit im Dienste Gottes uns fähig machen kann, den Willen Gottes zu erfüllen, wenn nicht in jedwedem guten und gottgefälligen Werke, das wir zu verrichten haben, in jedweder Versuchung, die wir zu überwinden haben, in jeder Gefahr, die wir zu vermeiden haben und bei jedem Kreuze, das wir seinem Willen gemäß zu tragen haben, unser Herz durch eine besondere Hilfe Gottes unterstützt und gehoben wird und Gott uns um Handeln die Hand reicht. Wir müssen also jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick unseres Lebens diese Wahrheit festhalten, so wird so wird das Vertrauen auf uns selbst sich nie auf irgendeinem Wege in unser Handeln oder Denken einschleichen. Im Betreff des Vertrauens auf Gott aber wisse, dass es Gott ebenso leicht ist, viele als wenige Alte und Erfahrene als Schwache und neue Feinde zu überwinden. Daraus folgt, dass wenn auch eine Seele mit Sünden beladen wäre, wenn sie auch alle Fehler der Welt hätte, wenn sie auch vergeblich gestrebt und alle möglichen Mittel angewendet hätte, um die Sünden abzulegen und das Gute zu üben und dennoch von Tag zu Tag mehr Neigung zum Bösen empfände, sie darum das Vertrauen nicht sinken lassen, die Waffen nicht strecken und die geistlichen Übungen nicht einstellen, sondern immer großmütig kämpfen soll. In diesem geistlichen Kampfe unterliegt derjenige nicht, welcher nicht aufhört zu kämpfen und auf Gott zu vertrauen, denn Gott lässt zwar manchmal zu, dass seine Kämpfer verwundet werden, aber seine Hilfe fehlt ihnen nie. Alles kommt darauf an, dass man kämpfe. Das wirksame Heilmittel für die Wunden steht den Kämpfern, die Gott und seine Hilfe mit Vertrauen suchen, stets zur Verfügung und gerade wenn sie am wenigsten daran denken, liegen die Feinde da nieder. Ja.